So, also, Sie haben es vorher schon erfahren, also ich bin nicht Tanja Bogusch. Susanne Witzke hat mich vorher schon kurz vorgestellt. Ich habe es auch noch nicht viel früher erfahren, ich habe es heute Morgen erfahren, dass ich einspringen darf. Ich kann jetzt natürlich nicht diesen Vortrag Öffentlichkeiten kollaborativ gestalten halten. Die Frage finde ich sehr gut, also was heißt soziologischer Experimentalismus? Ich fühle mich da ganz wohl in diesem Panel jetzt, auch wenn ich nicht die Tanja Bogusch bin. Sondern, wie gesagt, Felix Lüdecke ist mein Name, ich bin also Landschaftsarchitektur, Architekt, habe in Weyen-Steffern auch studiert. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass ich vorher eine Ausbildung gemacht habe zum Landschaftsgärtner und eigentlich auch noch immer ganz gern praktisch arbeite, das sieht man vielleicht dann bei den Projekten. Dann habe ich dieses Studium hier absolviert, war eine Zeit lang in Wien und 2008 habe ich die Gruppe Raumzeug gegründet mit einem Kollegen aus der Universität. Ja, und ich fühle mich hier ganz wohl so inhaltlich und es gibt natürlich auch zu Raumlabor so eine Namensverwandtschaft schon mal. Wobei wir jetzt weniger sozusagen ein Labor sind oder Universität machen, wir machen halt so Zeug. Also ganz einfache Sachen. Genau, und seit 2010 bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Lehrstuhl. Genau, worüber ich jetzt kurz was erzählen möchte. Ich habe also geschaut, was sich auf meinem digitalen Schreibtisch so befindet, was ich dann sozusagen zusammenschieben kann zu dieser Präsentation. Vielleicht ist jetzt manches in den Folien nicht ganz korrekt oder sowas, das sehen Sie mir bitte nach. Ich möchte über Aktion, Intervention und Experiment sprechen. Also künstlerische Arbeitsformen im Entwurf und Aktivierung. Ja, und das erste Beispiel, was ich nochmal zeigen wollte, kommt aus der Geschichte, nämlich von 1982. 1982 war, wer heute Morgen da war, das Jahr, wo hier an der TU das erste Mal der Heat-Island-Effekt analysiert wurde und erforscht wurde mit dem sogenannten Biergarten-Tagen. Also gab es viele Bäume. In Kassel, wo das Beispiel ist, was ich jetzt zeigen möchte, da gab es zu dieser Zeit ziemlich wenig Bäume, weil Kassel im Krieg ja sehr zerstört wurde und nach dem Krieg aufgebaut wurde, nicht in dieser alten Struktur, also nicht rekonstruierend, sondern in die alte moderne Folgen, also breite Straßen, keine Bäume, Achsen. Und in den 80er Jahren mit der Bewegung der Ökologie kam daran ja so die erste Kritik auf und da möchte ich einen Künstler eben zitieren, Josef Beuys, der auf der Documenta 1982 dieses Projekt 7000 Eichen realisiert hat, was seinem erweiterten Kunstbegriff der sozialen Plastik folgt und was ein Experiment ist, was einfach auch eine unheimliche Provokation ist oder war. Er hat nämlich einfach vor dem Hauptausstellungsraum, Museum, dem Fredicianum, auf einer Grünfläche 7000 Basaltstelen abkippen lassen und gesagt, diese Stelen sollen wegkommen, indem in Kassel 7000 Eichen gepflanzt werden. Also für jede Eiche, die gepflanzt wird, für jeden Baum, der gepflanzt wird, kommt einer dieser Stelner weg, der wird neben den Baum gesetzt und so ist es mal. Also in gewisser Weise eine Erpressung auch. Aber dieses Experiment, diese Dreistigkeit des Künstlers hat funktioniert. Es hat sich ein Verein gegründet, der dafür gesorgt hat, diese Plätze zu suchen, wo denn die Bäume gepflanzt werden können, die Finanzierung organisiert hat, dass die Bäume bezahlt werden können und die Pflanzung. Und ich glaube, 86 oder so was, also vier Jahre später, wurde dann der letzte dieser 7000 Bäume gepflanzt und die letzte Steele weggeräumt. Genau, jetzt möchte ich einsteigen mit eigenem Beispiel. Laura, können wir die Vorhänge ein bisschen weiter zumachen, weil ich auch viele Bilder zeige, oder kannst du das schnell machen? Dann sieht man die Bilder besser. Ich habe es mal in zwei Teile gegliedert. Das erste ist jetzt Aktion als Aktivierung und ist so ein bisschen die Frage, inwiefern ist das jetzt gerade für uns in der Landschaftsarchitektur auch interessant. Ich finde es interessant, weil es zum Beispiel bei einem Problem weiterhelfen kann, dass wir oft in der Planung haben, diese Distanziertheit zwischen Entwerfer und Nutzer. Also als Entwerfer sitzt man ja eigentlich in seinem Büro und entwirft natürlich für den Nutzer später, aber in direkten Kontakt gibt es eigentlich nicht und wenn, dann sieht er oft so aus, dass es an irgendeiner Abendveranstaltung, wo bestimmte Leute Zeit haben, gibt es so eine Runde und da gibt es einen leeren Stuhl, fand ich interessant, da müsste wahrscheinlich der Architekt sitzen, der Landschaftsarchitekt, und diskutieren. Aber meistens ist der Architekt, der Landschaftsarchitekt da noch gar nicht dabei, der bekommt dann die Zusammenfassung dieses Prozesses sozusagen überreicht und hat es in seinen Wettbewerbsunterlagen dabei, in der Ausschreibung, und die liest das irgendwie so quer, markiert so ein paar Punkte und denkt sich, ja gut, bin ich froh, dass ich nicht dabei war. Und das wird dann nachher gebaut und danach kommt der große Aufschrei der Bürger. So war das überhaupt nicht gemeint. Und noch größer ist der Aufschrei von denen, die da gar nicht dabei waren, weil das sind ja viel mehr, die da nicht dabei sind. Und jetzt möchte ich ein Beispiel vorstellen, was ganz stark mit Aktionen gearbeitet hat im öffentlichen Raum, auch wenn es jetzt noch nicht um ein Bauprojekt ging. Das war 2015 ein Projekt, was ich realisiert habe, beide erwähnten während des Stipendiums in Berlin. Also 2015 war ich Stipendiat an der Akademie der Künste in Berlin und habe zusammen mit der anderen Baukunststipendiatin, Theresa Schütz, dieses Projekt Present People realisiert. Öffentlicher Raum entsteht erst im Gebrauch. Und das knüpft natürlich so ein bisschen an bei Lefebvre mit dem Raum als soziale Plastik. Und unser Thema war das Hansaviertel in Berlin. Wer das nicht kennt, das ist gleich beim Tiergarten hinter Bellevue. ein Stadtviertel, was im Krieg auch stark zerstört wurde und was 1957 im Rahmen der Interbau neu errichtet wurde. Und zwar im Sinne der modernen Stadt mit fließendem Übergang zur Landschaft, mit hohen Häusern, die drinstehen, mit modernen Wohngrundrissen, mit den berühmtesten, begabtesten Architekten der westlichen Welt damals, war ja große Konkurrenz Ost und West. Und hier hat man sozusagen all die Ideale mal gebaut. Man hat die Stadt von morgen gebaut. Und das ist jetzt so ein Bereich, wie es heute aussieht. Eigentlich ein ganz, ganz zentraler Bereich. Der U-Bahn-Eingang zur Haltestelle Hansaplatz. Rechts die Stadtteilbibliothek. Also das Wissen wird für alle verfügbar in der Moderne. Der Übergang ist stufenlos, also ohne große Treppenanlage, die man da erstmal hochhuldigen muss. Und Wasser ist auch für alle da. Es gibt eine große Brunnenanlage davor. Und ganz wichtig natürlich auch das Wasser in den Häusern. Das haben die natürlich alles fließende Wasser. Also alle Vorzüge der modernen Stadt wurden erlebbar. Und wir waren dann irgendwie eigentlich natürlich überrascht, weil dieser Raum ist auch von Duttmann gebaut. Der Architekt Duttmann, der auch die Akademie gebaut hat. Und eigentlich passt alles. Das ist total gut. Und es ist ein total zentraler Ort. Da geht es zur U-Bahn runter. Nur es ist irgendwie nie jemand da gewesen und hat diesen Raum benutzt. Und der Brunnen, der so als große offene Wasserfläche gedacht ist, natürlich ist leer und kaputt und es wird Müll hineingeschmissen. Und wir haben uns das doch irgendwie in unseren Architekturskizzen, das war gestern auch schon mal das Thema, diese auf Bleistiftstiften wandelnde Dame oder ganz beliebt auch das Motiv des Kindes mit dem Luftballon. So muss doch das aussehen. Und darüber wollten wir arbeiten und diskutieren. Was macht diesen in den öffentlichen Raum aus? Und das haben wir in einer Aktion gemacht, dass wir mit den anderen Stipendiaten diesen Brunnen mal jetzt so als wie einen historischen Brunnen interpretiert haben, aber einmal umgedreht. Also ich sage jetzt historischer Brunnen in der Mitte des Dorfes, der Stadt, als der öffentliche Raum schlicht hin, weil dort jeder hin muss, weil dort Öffentlichkeit entsteht. Jeder muss zu diesem Brunnen hingehen und von dort das Wasser holen und wieder nach Hause gehen. Allein dadurch weiß ich, da treffe ich andere Leute, da kann ich Informationen austauschen, da kann ich Revolutionen anzetteln. Das ist also öffentlicher Raum. Den gibt es in der Moderne nicht mehr, weil ja das Wasser zu den Häusern kommt. Also haben wir ihn jetzt mal umgedreht und wir haben gesagt, okay, das Wasser kommt also nicht mehr zu den Leuten. Wir bringen jetzt das Wasser von den Leuten zum Brunnen wieder. Also wir beleben ihn einfach mal. Wir sind jetzt ganz aktionistisch und sind mit dieser Palette einmal losgezogen und haben bei jedem Haus, bei jeder Tür geklingelt. 600 Eimer waren das. Und haben gefragt, ob sie uns nicht in den Eimer Wasser geben können. Und dann gar nicht mehr, wir haben gar nicht mehr gesagt, es kam dann sozusagen entweder halt die Frage, ja, wieso und warum oder einfach nur heiß oder kalt. Aber erstaunlich oft haben wir wirklich Wasser bekommen. Es wurde dann jeder Eimer sozusagen heruntergetragen und dort hineingestellt in den Brunnen. Und so hat sich der über den Tag langsam gefüllt. Waren nicht alle Eimer voll. Also wenn wir nichts bekommen haben, haben wir halt den leeren Eimer reingestellt und haben im Nachhinein versucht, das so ein bisschen auszugleichen durch Schütten von einem anderen in den nächsten. Aber wir hatten über den Tag sowas geschafft, dass wir tatsächlich sozusagen, dadurch, dass wir da auch so präsent waren, immer mit diesen Eimern rumliefen. Die Leute haben uns dann schon gefragt, was macht ihr? Oder ach, hier kommt ihr her, dass wir diesen Platz für diesen einen Tag auf jeden Fall öffentlich gemacht haben. Und das Schöne war dann im darauffolgenden Jahr und 2017 konnten wir da nochmal aktiv werden. Wir haben uns im Vorfeld auch umgehört. Es gibt dort einen Bürgerverein, der kümmert sich so um Bürgerbelange. Und dieser Brunnen und dieser Ort hatte nämlich einen ganz schlechten Ruf. Also da waren eh nur Penner, die da geschlafen haben und alles voll Müll. Also gerade bei der ersten Aktion, man ist dann ja auch immer gleich Ansprechpartner für alle Sorgen und alle Probleme, die es so gibt. Und die Idee war eigentlich auch, dem jetzt mal ein anderes Bild zu geben. Also nicht nur diese negativen Bilder, sondern überhaupt, um in Möglichkeiten zu kommen, was kann denn so ein Platz noch, nicht nur die Negativbeispiele bringen, sondern auch die Positiven. Und dann war das das Erste. Und dann ist was Schönes passiert, weil der Brunnen wurde renoviert. 2016. Hatte jetzt nicht ganz mit uns zu tun, aber war sozusagen irgendein glücklicher Zufall. Und dann haben wir den die nächsten zwei Jahre nochmal so immer wieder belebt mit Bildern zu diesem Brunnen, dass wir einmal dort eine Regatta gemacht haben oder einmal eben ein Freibad, wo wir die Anwohner eingeladen haben und es gab dann auch schon so ein bisschen so eine Gruppe, die dann mitgemacht haben und den Brunnen mal für einen Tag irgendwie verwandelt haben und eine neue Bedeutung gegeben haben, eine neue Nutzung. Genau, das ist jetzt eine Folie, da kläre ich immer mit Studierenden, wie denn diese Begriffe einzuordnen sind oder so Aktionen. Ich habe sie jetzt mal reingenommen. Also das Interessante ist, bei so einem Experiment für uns, für mich natürlich immer, also wir denken uns eine Aktion, aber wie kommt es wirklich an, wie reagieren die Leute und bekommen wir die dazu, wirklich irgendwie mitzumachen. Das Zweite, was ich vorstellen möchte, ist eine Installation als Experiment und da sozusagen auch nochmal dieses Problem angesprochen, hier sicher in einer ganz großen Dimension, die Langfristigkeit von Planung und Entscheidungsprozessen. Also das zu dem Zeitpunkt, wo die Bagger anrollen, ist sozusagen der greifbare Punkt erst für die Bürger, jetzt wird was verändert und jetzt muss ich, wenn ich dagegen bin, irgendwie aufstehen und protestieren und das ist bei großen Projekten natürlich ein Problem, aber auch schon bei kleineren, wenn es um eine Platzgestaltung geht, sind Projekte über Bürgerversammlungen und Abstimmungen durchgegangen und dann regt sich sozusagen plötzlich der Widerstand. Wie kann man diese Veränderung oder Projekte früher ablesbar machen, erfahrbar machen und diskutieren? Und da möchte ich das Beispiel der Piazza Zenetti vorstellen, was jetzt gerade in der Umsetzung ist und zwar bearbeite ich das zusammen mit Johann Christian Hannemann, auch vom Lehrstuhl hier und den Architekten Almaner Fischer und das ist in München der, gleich zeige ich mal ein paar Fotos, der Zenettiplatz im Schlachthoffviertel, eigentlich städtebaulich, ein ganz schöner Platz von den Dimensionen und der Lage, aber man sieht es auf dem Bild eigentlich auch und ganz vielen Leuten, denen man davon erzählt, ich mache jetzt was am Zenettiplatz, selbst wenn die aus dem Viertel sind, die wissen nicht, die sagen, was für ein Platz, ach da, wo die Parkplätze sind. Ja, es ist also ein zweigeteilter Platz, auf beiden Seiten jeweils zehn Parkplätze, in der Straße auch noch und man kann so außen rumlaufen und hier nochmal ein Foto, die Aufenthaltsqualität und die Fußgängerfreundlichkeit eher gering, und das Schöne war, das ist ein Experiment, da haben wir den Auftrag von der Stadt München vom Planungsreferat bekommen, das ist im Rahmen eines Forschungsprojekts City to Share, da geht es um Mobilitätskonzepte, Logistikkonzepte im urbanen Raum und das ist ein ganz großes Projekt, da sind ganz namhafte potenzielle Institutionen auch beteiligt, also BMW forscht über Elektromobilität und Carsharing, UPS über die Paketzustellung mit Fahrrädern, die MVG mit Leihrädern und da werden unheimlich viel Daten erfasst einerseits und Technologien entwickelt und das Projekt hat im Untertitel sozial, urban, mobil und wir haben uns beworben darauf und ich fand eigentlich in diesem gesamten City to Share Programm dieses Teilprojekt mit am experimentellsten oder am gewagtesten, weil die Stadt hat gesagt, wir bauen eine Mobilitätsstation, davon werden ganz viele gebaut, gerade in München auch, wo es dann Carsharing gibt, wo Elektroautos sind, Ladestationen, dafür opfern wir zehn Parkplätze und dann dürfen da teure, also dürfen BMWs draufstehen und Stadtautos und die gleiche Fläche sperren wir nochmal als Parkplatz und machen einen öffentlichen Platz draus. Also wir sparen ja dadurch, dass wir Autos teilen, sparen wir Platz und den geben wir jetzt auch den Menschen zur Verfügung. Deshalb wurde ausgeschrieben, also diese Mobilitätsstation ist errichtet worden und die andere Platzhälfte soll als Experiment für die Bürger geöffnet werden. Damit es jetzt nicht zugewagt ist, lieber mal nur sechs Wochen. Aber die sechs Wochen, die sind jetzt gerade angelaufen und das Wetter ist sehr schön, da haben wir viel Glück gehabt. Genau, unsere Idee war dann zu sagen, okay, wir wollen jetzt auch keine große Eventsache oder sowas, sondern das soll eigentlich sowas wie eine Piazza sein, also wo man sich halt irgendwie trifft, wo man zufällig irgendwo ist, wo man mal kurz innehält, egal ob man jetzt dort eine rauchen möchte oder ob man ein Schwätzchen hält, wo man sich so über den Weg läuft, wo auch mal ein Markt sein kann, aber im Prinzip hat der als Treffpunkt schon Berechtigung genug, dieser Platz. Und wir haben also verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen und jetzt durchgeführt. Das eine war auf Hübschen der Bestandselemente, also man durfte natürlich nicht viel machen, weil das temporär ist, dieses Experiment, aber die Hecken zum Beispiel, die so drumherum waren, die ganz unbeliebt sind bei den Nachbarn, den haben wir uns mal angenommen und dann haben die mit einem so ein bisschen spezielleren Schnitt versehen und gepflegt. Dann haben wir ein markantes Stadtmöbel eingefügt, das ist was sozusagen hier diese pinke Konstruktion ist, die auch bewusst beide Sachen verbinden sollte, die Mobilitätsplätze und diesen öffentlichen Raum. Wir konnten in einem Bereich auch längerfristig was pflanzen, das haben wir zusammen mit Green City gemacht, Silvia Gonzalez hat das gestern schon kurz vorgestellt. Dann haben wir sozusagen ein bisschen aufgeräumt, noch sehr Detailarbeit, so Zeug halt organisiert und ganz wichtig war uns, dass wir die Frage, wie können wir das schaffen, dass die Nutzung und Aneignung gefördert wird. Also das gar nicht, dass wir alles machen, sondern dass die Bewohner das machen. Und um das möglichst hinzubekommen, haben wir also versucht, schon diesen Bauprozess so als Mitmachbaustelle zu gestalten. Es gab ja also verschiedene Veranstaltungen, angefangen jetzt vom Feierabendtisch, der jeden Abend war, wo man hingehen konnte, zu so Aktionen wie dem Streichkonzert, wo man dann das Möbel mit angemalt hat, dieses Beetpflanzen zusammen mit Green City oder das Baustellenfinale, wo der offene Bücherschrank eingerichtet wurde und der Platz dekoriert wurde. Also dieses Möbel, hier sieht man das jetzt fertig, ist eigentlich sozusagen einerseits ein bisschen als Lärmschutz gedacht, das ist höher, das ist eine Wand zu dieser befahrenen Straße und andererseits so als Sitzfläche oder eben auch so kleine Bühne und sollte immer so ein bisschen Bezug aufnehmen. Hier das Schlachthofviertel, das ist natürlich rund um Metzger, deshalb gibt es hier die Leberkässemmelbank, wo man sich einfach mal hinsetzen kann mittags eben. Links hinten ist so ein offener Bücherschrank, wo alle ganz, ganz fasziniert sind und hinschauen und es nehmen eigentlich wenig Leute Bücher mit, aber jeder freut sich, dass er da Bücher reinbringen kann. Was mehr mitgenommen wird, das sind Pfandflaschen, das ist dieses Kästchen daneben, kann man also, wenn man sich so fühlt, dass man irgendwie seine Pfandflasche nicht braucht, kann man die da reinstellen und wenn man sich so fühlt, dass man das irgendwie gebrauchen könnte, das Pfand, dann kann man das rausnehmen und genau, diese Infotafel, wo irgendwie draufgeschrieben werden kann, was man an dem Platz machen möchte, so Aktionen oder kleine, ja, genau, so sollte das funktionieren und die Mitte eben bewusst freigehalten. Ja und dann gab es eine große Eröffnungswoche, wo auch Programm organisiert war, da kam dann irgendwie ein Friseur und hat da drüben, da hat er oben Haare geschnitten, wenn man ihm was vorliest, hat er irgendwie so als Aktion, Book and Look, also du musst ihm was vorlesen, dann schneidet er dir die Haare, das hat er gleich den Bücherschrank eingeweiht dabei, dann haben die Yoga gemacht, dort morgens um halb zehn, da hat gleich der, der von dem Pizzastand, hat mir gleich ein Foto geschickt, weil er gesagt hat, also guck mal, was hier los ist, also so eine Reihe organisierter Aktionen, genau, was aber wirklich mich jetzt noch mehr freut, dass das geklappt hat, das hat sicher mit dem guten Wetter zu tun, aber es war ein ganz guter Start, dass es sich tatsächlich Anwohner gefunden haben, die jetzt so Teile davon irgendwie fortführen, das ist so ein, das ist zum Beispiel jeden Mittwoch ist jetzt Spieltreff, wo dann eine Kiste noch so umgebaut wurde, dass die dort ihre Sachen einlagern können, wie Kreiden und so und selbst wenn es Wetter nicht so schön ist, sind die da oder die von diesem Pizzaservice, die sich bereit erklärt haben für die Pizzakartons, die sofort immer den Müll verstopfen, wenn da zwei drinnen sind, die haben so eine Box bekommen, die sie jetzt selber ausleeren, wo man die Pizzakartons reinwerfen kann und bis hin zu dem, das wollte ich noch erzählen, ein Künstler, der dort auch wohnt, der jetzt angeboten hat, dass er eine Ausstellung dort aufbaut über den Pferdemarkt, der dort jeden Samstag früher war, das wird jetzt am Wochenende eröffnet und das hat sehr gut geklappt, dass die Leute so mitgemacht haben und genau, jetzt durch den Pferdemarkt, die Bäume von Green City, die man hier auch gesehen hat, die müssen nämlich jetzt, die müssen eh sozusagen weg, die werden eingepflanzt und jetzt kommt dieses Reiter, jetzt kommt diese Ausstellung über den Pferdemarkt, die so aufgebaut wird auf Bauzäunen, die so im Quadrat stehen, jetzt bekommt die Piazza sozusagen so ein kleines Reiterstandbild am Sonntag und jeden Sonntag treffen sich auch die Anwohner dort zum Frühstück und insofern kann ich einladen, wenn Sie mal hinschauen wollen, wenn Sie die Ausstellung anschauen wollen, kommen Sie am Sonntag dahin, da gibt es sogar Weißwürste, man muss aber einen Teller mitbringen. Genau. Und ja, letzte Folie jetzt noch, also irgendwie das Plädoyer, was bringt dieses Experiment, dieses Experiment kann eben, diese Intervention kann, wie Intervenire definiert ist, dieses Dazwischenkommen erscheinen, einschreiten, einmischen, bewirken, Nämlich, dass ich eine bewusste, eine eingefahrene Sehweise wirklich aufbrechen kann durch sowas und das war das Erste, also das Erfahrbarmachen, was Frau Merck gestern ja auch so als Thema hatte. Das Zweite ist es, dass es ein Teil sein kann eben von einer prozesshaften Planung, da bin ich beim Ferdinand Ludwig, der das gestern so mit reingebracht hat und als drittes sage ich jetzt nochmal, natürlich ist diese Handlung an sich sozusagen auch, also das, im Sinne von Lefebvre, der Raum als soziales Produkt der Sinn von öffentlichem Raum. Genau. Und insofern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.